Dumme Menschen an der Macht sind gefährlich, weil sie sich alles, was sie nicht verstehen, mit Dingen erklären, die sie nicht überfordern. Hier ist noch einmal Katrin Göring-Eckardt. Schauen Sie. Die weltweite Situation, man kann ja sagen, da und da und da passiert noch das und das. Und das Finnland-Beispiel habe ich mir natürlich auch angeschaut. Aber es gibt auf der Welt kein Atomkraftwerk, was wirtschaftlich funktionieren würde. Es gibt aber was anderes, das können wir gerade sehen. Es gibt heute die Berichte dazu, dass wir sozusagen am positiven Kipppunkt sind. In China gehen die Autohändler gerade pleite, weil sie immer noch auf Verbrenner gesetzt haben. Die wissen, sie müssen jetzt elektrisch werden. Man kann sagen, da und da passiert das und das. Und in China gehen die Autohändler pleite. Jeder Mensch mit Lebenserfahrung spürt, dass diese Frau keine Ahnung hat, wovon sie da gerade redet.